Hallo Leute, Willkommen zu meinem neues kurzen Redevideo und zwar, wie gesagt, gehe ich mal kurz auf Dings, BebollTV, damit ihr Spaß bekommt. Ja, also, ich habe jetzt geplant, diese 50 Abonnenten zu machen, das war ein Monat lang ein Browser-Spiel, und viele davor. Aber Leute, habe ich mir jetzt was anderes gedacht, und zwar, ich mache das nicht für einen Monat, sondern für eine Woche nur leider. Ja, warum? Und dazu kommen wir jetzt, es ist halt leider gleich dann, wenn ich einen Monat lang mache, dann gleich Schule, dann habe ich keine Zeit mehr dafür. Deswegen habe ich mir jetzt so gedacht, eine Woche nur, ich werde auf Instagram eine Umfrage machen, stimmt ab. Und ich hoffe, das macht euch jetzt nichts, oder also nicht traurig oder übel denken. Na ja, Leute, wir werden uns dann sehen.